Eieieiei, Freunde der Nacht, ja, moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Es ist ein paar Monate her mittlerweile, was soll ich so sagen Leute, bevor wir ins Thema von dem heutigen Video einsteigen, wir werden heute über VW Classic Saison der Meisterschaft reden. In zwei Wochen steht quasi schon das Release-Datum an, da möchte ich einfach ein paar Dinge drüber verlieren. Dann möchte ich über einen Podcast sprechen, den ich mit Mosenbeil aufnehmen werde. Dann könnt ihr quasi heute eure Fragen unter dem Video stellen, die wir dann in der Folge beantworten werden. Von daher, wenn ihr euch so für Classic Fresh und für die Season of Mastery und so weiter interessiert, dann bleibt gerne dran. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, möchte ich aber noch so ein paar Punkte mal zu meiner persönlichen Situation quasi gerade sagen. Genau, ich habe mir einfach so ein paar Monate Pause genommen von YouTube, vom Gaming-Bereich, von Twitch, von WoW auch irgendwie. Und ja, habe ich irgendwie einfach mal gebraucht. Keine Ahnung, ich musste wirklich einfach mal komplett weg vom Fenster irgendwie, mich komplett mit anderen Dingen beschäftigen. Und das habe ich getan und das hat mir wirklich auch sehr gut getan, muss ich sagen. Weil dadurch habe ich irgendwie auch wieder so ein bisschen für mich selber realisiert, was ich eigentlich genau im Gaming so machen will. Und habe auch einfach wieder Bock bekommen auf WoW. Muss ich auch ehrlich gesagt gestehen, also nach dann so zwei, drei Wochen mit einem Van unterwegs in Italien, habe ich dann auch schon so gemerkt, oh, heute mal wieder so eine Runde WoW wäre schon ganz angenehm eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, was willst du machen irgendwie? Keine Ahnung, die Pause war irgendwie letztendlich gut für mich. Bin froh, dass ich auch nicht so in diesen New World Hype mit reingejumpt bin und dann irgendwie 200 Stunden played habe irgendwie und jetzt irgendwie wieder quitte wie viele. Sondern, dass ich mir so von weiter Ferne nebenbei angeschaut habe. Und ja, was soll ich sagen? Es werden jetzt wieder ab und zu Videos kommen hier. Ich möchte weiterhin Podcast-Folgen aufnehmen mit Mosen und mit anderen Leuten. Ich bin mittlerweile auf Firemore am Start. Ein sehr fetter, großer EU-Server, wo ich mit Mosen Arena spielen werde und ein bisschen PvP machen werde. PvE wahrscheinlich eher nicht, aber mal gucken. In meinem Schurken. Ja, soviel dazu, Leute. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt von dem heutigen Video. Und zwar, ihr seht es quasi hier schon, da, da irgendwo. Ja, Classic Fresh wird kommen. Was soll ich sagen? Ist natürlich ein Thema. Hab ich mir gedacht, hab ich mich so intensiv mit beschäftigt. Ich hab selber Classic dann auch gespielt. Und jetzt kommt es quasi nochmal. Haben wir ja in dem vorherigen Video schon drüber geredet. In einem Zwölf-Monats-Zyklus. Also es soll quasi nur ein Jahr gehen. Ich will gar nicht so sehr auf die Grundbausteine von The Season of Mastery gehen. Ich denke, da haben sich viele von euch schon informiert. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, WoW Classic bekommt tatsächlich nochmal eine freshe Version mit vielen Änderungen. Ja. Ähm, die Raids werden schwieriger werden. Die Bosse werden mehr HP bekommen. PvP wird verändert. Man wird schneller ranken. Und, und, und. Gibt viele Änderungen. Man will sehr viel gegen die Botting-Problematik machen. Boosting soll untermunden werden. Die haben schon gute Ideen. Die Frage ist einfach nur, ähm, will man sich die ganze Scheiße nochmal geben, ehrlich gesagt. Ja, das ist die Frage, die im Raum steht. Und, ähm, zu dieser ganzen Geschichte, Leute, werde ich mit Mosen eine Podcast-Folge drehen. Die werden wir in den nächsten Tagen abdrehen. Und, ähm, wenn euch im Laufe von dem heutigen Video Fragen einfallen, ja, die ihr uns irgendwie stellen wollt in Bezug auf WoW Classic Fresh, Season of Mastery, Saison der Meisterschaft, dann schreibt die gerne unter das Video hier. Wir werden die quasi dann in der Podcast-Folge versuchen zu beantworten. Und, ähm, genau, dann wird quasi eure Frage in der Podcast-Folge hier auf YouTube quasi beantwortet werden. Wenn ihr Kritik an, äh, Season of Mastery habt, ja, wenn ihr sagt, ey, das ist viel zu früh, ja, ich bin gerade irgendwie erst nochmal, irgendwie, ich bin noch nicht mal irgendwie im Black Temple drin gewesen, so gefühlt, ne, so ist es ja eigentlich auch in Burning Crusade. Und Blizzard kommt irgendwie schon mit, mit, mit Fresh an, so, keine Ahnung, ja, wenn ihr da irgendwelchen Input habt oder irgendwelche, so, ich sag mal, Impulse irgendwie, die wir dann in der Podcast-Folge aufnehmen können, schreibt die gerne auch unter das heutige Video. Ähm, ich werde am Ende noch ein bisschen meine Meinung sagen, aber ich möchte quasi erstmal ein bisschen auf die Fakten, ähm, eingehen, die wir quasi gerade vor uns haben. Also, wir haben ein offizielles Release-Datum für die Saison der Meisterschaft und zwar, ähm, am 17. November um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeitzone, können wir uns quasi alle wieder, äh, in Fresh einloggen und dann wieder das, ja, Race to Level, äh, 60 machen, ja. Äh, am 11. November können wir uns, ähm, die Namen wieder reservieren, ja. Ich hoffe natürlich, dass wieder ein neuer Lucifer-Server kommen wird und wir wieder alle auf einen Server gehen. Ja, Leute, macht das bitte nicht, verteilt euch oder so, ja, keine Ahnung, also, ich, äh, ich werde eh wahrscheinlich auf einen englischen Server gehen, also, den deutschen Server werde ich mir wahrscheinlich eh nicht mehr geben. Aber gut, äh, wir schweifen ab an der Stelle. Genau, man wird also wieder seinen Namen reservieren können, äh, ähnlich wie quasi beim, ähm, ja, Launch vor zwei Jahren auch schon. Ähm, ich hab mich auch quasi gerade, ihr seht hier im Hintergrund schon mal, in die Error-Server eingeloggt, ähm, zwar müsst ihr euch so vorstellen, jetzt fragt euch vielleicht, okay, wie komm ich eigentlich dahin, in dieses neue Fresh? Ihr müsst euch einfach WoW Classic runterladen und dann quasi einloggen und dann in die Realm-Übersicht gehen und dort, ähm, werden dann die neuen Season of Mastery-Server quasi, Saison der Meisterschaft-Server, hört sich auch so dämlich an, äh, angezeigt, ja. Ja, also, die sind anscheinend, jetzt meiner Einschätzung nach, neben den Error-Servern kann man die dann irgendwie erkennen, dass es neue Server, äh, geben wird, ja. Also, die Error-Server gibt's ja noch, aber sind halt absolut tot und, ja, keine Ahnung. Ähm, ich denke nicht, dass sie die da irgendwie verwenden werden, sondern es werden wirklich komplett neue Server. Äh, hier steht dann so ein bisschen, wie viele Charaktere ihr euch quasi, äh, erstellen könnt. Und hier steht quasi nochmal erklärte, wie ihr quasi dann ins Spiel reinkommt. Ähm. Ähm, genau. Dann möchte ich nochmal ganz kurz ein paar Dinge ansprechen, die euch dann quasi auf diesen Servern erwarten. Also, was können wir uns da jetzt drunter vorstellen, ja. Classic kommt quasi nochmal und zwar im Verlauf von einem Jahr. Ähm, das bedeutet, man fängt mit, äh, Molten Core-Oni und so weiter an im Januar und im Dezember so eine Art, wäre man dann quasi, ähm, mit, mit Naxxramas quasi fertig, ja. Also, in dem Fall fangen wir jetzt schon im November an. Deswegen sind wir dann quasi, äh, nächstes Jahr irgendwie, keine Ahnung, im November quasi wieder durch mit Classic. Die ganze Geschichte, äh, es ist sehr interessant. Es soll so ein bisschen, glaube ich, ähm, die Hardcore oder, oder, ähm, ja, ich weiß gar nicht, so, so eine, wie so eine, wie so eine Arena-Season irgendwie, glaube ich, auf Classic übertragen. Also, es soll so ein Raids immer geben, denke ich mal, ähm, die Raids werden schwieriger gemacht. Es hat einen, ähm, HP-Buff gegeben. Es wird sehr viele Mechaniken, werden wieder ins Spiel reinkommen, die quasi immer entfernt wurden in Molten Core-Oni und allen weiteren Raids wahrscheinlich auch. Das heißt, wir werden noch einfach neuen Content bekommen, ein Stück weit von den Mechaniken her. Ähm, und es wird sehr viel gemacht gegen, ähm, Botting und Boosting. Das sehen wir zum Beispiel in dem Bereich hier. Ja, Mach-Raudo und die Viecher können nicht mehr so gut gekidet werden. Also, die ganze Kacke, die die Leute irgendwie so machen konnten, soll unterbunden werden. Selbst in BRD, äh, soll man quasi nicht mehr so, äh, einfach dann quasi pickpocketen können. Dann, was ich auch noch interessant fand, ähm, Blizzard sagt hier eindeutig in einem Update, dass es quasi nicht ihre Intention ist, ähm, den Raid-Content so schwer zu machen, dass wir oder als erfahrene Spieler oder gute Raids, sag ich mal, ähm, tagelang, wochenlang ripen. Es soll einfach so ein bisschen mehr Fun in die Mechaniken reinbringen und ein bisschen mehr Competition einfach sein für die Leute. Ja, es ist eine sehr spannende Frage, wie die Community das aufnehmen wird. Wie viele Leute da überhaupt, ähm, ich sag mal, ähm, Bock drauf haben, wieder neu anzufangen. Das ist auch eine spannende Frage. Das auf jeden Fall sehr, sehr gerne auch mal in den Kommentaren. Wie viele von euch, ähm, bleiben einfach Burning Crusade treu? Und wie viele von euch sagen, ey, scheiß auf Burning Crusade, kurde ich direkt wieder. Ich fang wieder mit Fresh an, ne? Also ich kann's mir nicht so wirklich vorstellen, dass wenn man irgendwie mit seinen Leuten von Classic in Burning Crusade reingegangen ist irgendwie, gerade so mitten im, keine Ahnung, äh, Serpent Shrine Progres irgendwie drin ist so, so im Schlangenschrein, äh, und dann sagt so, yo, lass mal alle hier wieder aufhören und wir fangen wieder mit Molten Core an und leveln alle wieder so. Also, ich glaube, wir haben hier schon eine relativ starke Überschneidung von der Classic Community und von der Burning Crusade Community, gerade weil wir hier sehen, die Error-Server, wie gesagt, bin ich ja hier gerade drauf, in meinem Grund, ist halt keine Sau am Start hier. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist natürlich Error auch absolut unattraktiv und Fresh war immer so das Einzige, was alle gesagt haben, ist so das Einzige, was quasi Potenzial für Classic hat. Ja, keine Ahnung, sehen wir Monkey News wieder in zwei Monaten und die Nob-Leute wieder hochrushen oder ist die ganze Geschichte wirklich jetzt wirklich immer vorbei? Äh, ich kann's doch nicht beantworten, Leute. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ähm, was ich hier noch interessant fand an der Stelle, auch im PvP-Bereich, für die Leute, die vielleicht sagen, na gut, neue Raid-Mechaniken und so weiter, interessieren mich nicht so unbedingt, fand ich auch ganz interessant. Die, äh, Raid, in der man quasi, äh, im Ranking-System aufsteigt, wird von 20 auf 40 Prozent erhöht, also verdoppelt im Grunde genommen. Das heißt, man rankt doppelt so schnell, oder? Keine Ahnung, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Ähm, einfach aus dem Grund, weil natürlich die Laufspanne von dem Server viel, viel schneller sein wird. Ne, das heißt, die PvP-Leute müssen dann quasi auch vom Gear her mithalten können mit den PvE-Lern. Deswegen rankt man schneller. Ähm, ja, sehr, sehr spannende Frage, Leute. Ich hab auch, ähm, gehen wir vielleicht mal ganz kurz rein, eine Umfrage gemacht. Tatsächlich hier im Community-Tab, da könnt ihr auch mal ab und zu mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Äh, hab ich eine Umfrage gemacht. Da haben 189 Leute abgestimmt hier, ähm, ob ihr quasi Burning Crusade weiterspielen werdet, ähm, primär oder primär Classic. Und hier haben 40 Prozent ungefähr fresh abgestimmt. Ähm, es könnte natürlich auch so kommen, dass viele Leute sagen, okay, äh, in Burning Crusade gibt's eh nicht viel zu tun irgendwie. Da raidlogge ich einfach einmal die Woche. Und dann logge ich mich, äh, entspann den Classic ein und fang da komplett neu an. Ähm, ja, sehr, sehr spannende Frage, Leute. Ich kann's echt überhaupt nicht einschätzen. Keine Ahnung, ey. Es ist wirklich... Werden wir wieder den Hype, ähm, erleben? Wird Asmund Gold wieder aus dem Keller kommen und, ähm, mit 300.000, äh, Viewern irgendwie, äh, Sulphuros, äh, schmieden nach einer Woche? Oder würde es einfach keinen jucken? Leute, ich hab keine Ahnung. Äh, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob ich selber spielen werde. Ähm, keine Ahnung. Muss ich auch nochmal so rumfragen, wer da Bock drauf hat. Sind die Leute jetzt in New World drin? Kommen die Leute von New World zurück? Leute, es gibt tausend Fragen. Und gefühlt irgendwie noch keine Antwort. Äh, ich weiß nur eins, ich werd mir auf jeden Fall meinen Namen reservieren. Mal gucken, ja, ob ich's schaffen werde. Alle anderen natürlich werden's auch versuchen. Äh, und ob wir uns dann wirklich in Classic wiedersehen, Leute. Soll ich nochmal einen Schurken spielen? Ich kann nicht schon wieder einen Schurken spielen, oder? Ich muss Mage gehen. Einfach OP Mage. Keine Ahnung, Leute, ja. Schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare rein. Aber wie gesagt, wir werden das nächste Video wird in der Podcast-Folge von Mosen und mir sein. Ja, das große, große Comeback-Folge, wo wir quasi, äh, mit Goodold Mosen nochmal drüber sprechen werden, äh, was wir davon halten. Kann man jetzt schon von dem Classic Plus sprechen, so ein bisschen, oder nicht? Leute, es gibt unglaublich viele Fragen, die im Raum stehen, von daher. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Mosen und ich werden das alles in Ruhe anschauen. Und, ähm, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Video. Euer Die Pfeiler. Ciao, ciao. Euer Die Pfeiler.